so leute und damit willkommen zu einer neuen runde qsg auf meinem kanal ja heute gibt es einfach mal so ein kleines sagen wir mal nicht tutorial aber halt einfach mal so eine information von mir was ich vielleicht helfen könnte einfach um bessere hits zu bekommen in qsg oder einfach generell da habe ich nämlich immer viele immer hack you satan wegen zum beispiel diesen clips gerade vorm im pre-intro wegen solchen clips werde ich immer hack you satan und ich wollte das einfach mal ansprechen warum ich denn solche jetzt bekomme und wie ich die bekomme und zwar liegt es einfach daran dass ich hier wtappe das sieht man jetzt auch links oben immer wenn ich halt kämpfe dann drücke ich meistens w und halt noch a und d im richtigen zeitpunkt so verlinke ich euch einfach mal das wtapp tutorial ziemlich weiter bringen kann denn ich kenne viele die einfach nur mit toggle spring spielen und dann auch einfach komplett vergessen dass es ja auch noch so taktiken gibt wie man bessere hits bekommen kann oh mein gott so leute da sind wir in der zweiten runde ihr habt wahrscheinlich gemerkt ja das spiele ich auch kein cooles game mehr oder generell einfach nicht mehr aufkommen mehr aufkommen meistens nur zu hackt werden das einfach einfach nur abfuckt na jedenfalls habe ich eigentlich so gut wie alles der hit technik gesagt da ihr müsst euch einfach das tutorial anschauen was ich verlinke ich wollte dazu einfach nur so ein video machen da ich einfach viele hacky seiten wegen dem und keine ahnung die meisten das einfach nicht können und deshalb wahrscheinlich hacky seiten und kommen wir einen hit und da ist activity haben wir so da sind wir auch eigentlich stacked also können wir den da euch auch noch holen ja leute es tut mir auch leid dass jetzt wieder so lange keine videos kam es liegt einfach wirklich daran ich habe wirklich keinen bock auf cooles oder generell auf gumme und da ist wieder der hacker von vorher der mich schon zeigt hat okay ja so leute wenn ihr das richtig gut könnt wie teilen und so dann sieht es so wie bei dem typen ganz am ende aus habt ihr eine 8 block range und könnt ihr mich auto franchen leider spaß beseite aber ich würde sagen das war's mit dem video leute lasst gerne ein like da und ciao bis zum nächsten mal haut rein